Anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Hier unten. Lernen wir jetzt das mit den Wichteln. Das wäre mega nice. Okay. Wo ist der Kleiderschrank? Da muss ich mich um... Und dann kann ich mit dem... Die Glastür da oben zerbrechen. Oh, Colin, Alter. Ah, da oben ist der Kleiderschrank. Ja, das sehen. Ich musste mir jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen und so dumme Bilder knipsen. Alter, ist das nervig. Leid schaden. So. Auch geil. Oh, Colin, alter. Was sind hier drüben noch? Oh. 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 Oh, okay. Na gut, dann gehen wir halt mal da rein. Immobilus ist das jetzt sauber. Und jetzt können wir Wichtel angreifen. Okay. Okay. Was ist das? So, erstmal hier So, here we go. 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 den Klatscher damit irgendwie. Ne? Ah! Okay Oh Ah Dobby mann So So Oh, ich habe ihn da, bis. Hey, du schnack! Ja. Oh, top, yeah. Oh, top, yeah. Oh. 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 Einmal noch. Ach so, weil ich kein, weil ich kein Slytherin bin. Den kann ich eh nicht wegmachen. Schluss jetzt, Dobby, alter. Oh. 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 Das kann ich nicht wieder spüren. Hat sie irgendwo so einen Boomtopf? Nee. Ah! 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 Welche Spinne? Ah! Was ist da jetzt Tolles drin? Ein Rollstuhl. Hallo IBIMS Professor Xavier. Hallo? Ich will hier, Lasser. Ich will hier, Lasser. Ich will hier, Lasser. Ich will hier, Lasser. Praktisch. Colin. Ah ja, na gut. Level abgeschlossen. Zack, 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 zack. Und die Geschichte setzen wir natürlich fort. Ich will hier, Lasser. Ich will hier, Lasser. Ich will hier, Lasser.